Hallo, mein Name ist Heiko Deutschmann und das ist Hingehört. Hallo Heiko, was machst du hier? Ich bin Teil eines wunderbaren Ensembles, das einen noch wunderbareren Roman aufnimmt, der Wohnverwandtschaften heißt und von Isabel Bogdan ist. Wie würdest du den Charakter beschreiben, dem du heute deine Stimme leist? Jörg ist ein, wie ich finde, extrem uneitler, sehr interessierter an der Welt, interessierter Mensch. Ein Journalist der wahrscheinlich alten, sehr guten Schule, der sich die Welt über sein Interesse aneignet, der tatsächlich alles noch recherchiert und in Notizbücher schreibt, der die Vielfalt dessen, was man entdecken kann, versucht zu sammeln und dann auch zu erfahren und damit langsam in Schwierigkeiten kommt. Welcher WG-Typ bist du und mit wem würdest du am ehesten eine gründen? Welcher WG-Typ kann ich das auswählen? Gibt es A, B und C? Ich würde wahnsinnig gerne mit ganz vielen Hunden in einer WG leben, weil die tun, was ich sage. Ansonsten ganz sicherlich in dieser WG, weil die einfach, das sind tolle Menschen, die sehr schön miteinander umgehen. Warum sind Freunde manchmal die bessere Familie? Weil man sie sich aussuchen kann. Was ist das Schöne und was das Schwierige daran, nur mit deiner Stimme zu arbeiten? Oh, um ehrlich zu sein, habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das ist meine Stimme, sie gehört dazu. Danke, Heiko. Danke. Danke. Und dann. Und ja, 的. Da. Und da. In Ordnung. Deschыми. Vielen Dank.